Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hallo, hallo. Ja, meine Wenigkeit, ich bin der Erik. Ich grüße auch alle. Und eigentlich könntest du sagen, hallo Erik. Da könnte ich mir immer diesen selbst... Ja, machen wir zu. Wir können ja nochmal anfangen. Komm, wir können es ja gleich mal eintrainieren. Komm, fangen wir mal an. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Erik. Wie geht's dir? Ja, hallo. Etwas heiser noch. Warum? Was ist los? Wir haben gestern viel geschrien im Stadion. Ja, tut mir leid für alle Bayern-Fans, die jetzt hier den Podcast hören. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Gönnt uns diesen ersten Sieg seit 2007 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Man kann sich kaum noch erinnern. Die Älteren werden sich erinnern. Hm, naja. Ja, nee, wir haben Filme mitgebracht hier. Wir sind ja hier nicht bei Rund um den Brustring. Schöne Grüße. Empfehlung, wenn ihr da noch weiter das verfolgen möchtet, das Thema. Wir haben Filme mitgebracht aus der Sneak Preview. Den Film What Happens Later mit Meg Ryan tatsächlich mal wieder und mit David Duchovny. Mensch, so ein Star-Aufgebot, das kann ja nur gut werden. Wir werden es erfahren im Heimkino. Jetzt muss ich mal ein bisschen aussortieren. Genau, weil Decade heute nicht dabei ist. Ich habe den Film geschaut, Girl, You Know It's True. Also diese Geschichte von und über Millie van Lillie. Ja, und im Serienbereich wird es darum gehen, um das Staffel- oder Serienfinale? Staffel- oder Serie? Chris? Bei was? The Bad Batch? Ja, Staffelfinale, Serienfinale. Ich habe jetzt gerade echt nicht mehr sicher, worum du redest. Serienfinale. Das Serienfinale sogar. Das große Finale, ja. Also bestimmt Spoiler behaftet, da werden wir rechtzeitig nochmal warnen. Und ich werde mal ganz kurz was zu The Regime sagen, denn das war eine Hausaufgabe bei Fortsetzung folgt. Das könnt ihr dann in der nächsten Folge von Fortsetzung folgt dann auch mal im Detail hören, was da auch die anderen drüber erzählt haben. Und dann habe ich noch eine Ankündigung, die hier in den Kinocast und die Webseite betrifft. Das machen wir dann ziemlich am Schluss. Ja, seid gespannt. Wird auf jeden Fall bis dahin hören. What happens later, Chris? Was ist denn später passiert? Ja, nicht viel. Nachdem wir jetzt so in der Sneak relativ gesegnet waren mit guten Filmen. Ja, und dann kam ein Film mit zwei Namen, die man gerne eigentlich liest oder gerne gelesen hat zumindest. Und zwar McRyan, die sich wieder mal auf die Kinoleinwand traut und hier auch, glaube ich, mit Regie sogar geführt hat. Und David Duchovny, den man ja kennt aus unzähligen Folgen, Agne X. Was für ein Versprecher am frühen Morgen. Und die beiden sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, wie man ja weiß. Und so bekommt es eben auch in diesem Film, dass sie sich treffen. Und zwar durch Zufall treffen sie sich auf einem kleinen Regionalflughafen. Das ist eher so ein peinliches Treffen, weil man war früher mal ein Pärchen mit ganz eigener Geschichte. Und das ging nicht so gut, wohl auseinander. Vieles Unbesprochenes und Ungesagtes. Und ja, Willa und Bill, beide haben irgendwie den gleichen Nachnamen. Das war auch so, das fand ich supernervig, muss ich gleich schon sagen. Ja, das war dann der Witz. Ja, das war der Witz. Wegen den Tickets und so. Ja, genau, genau. Und treffen sich halt da und wie es dann halt auch passieren kann bei sowas, es zieht eine Schlechtwetterfront auf. In dem Fall ein richtiger Schneesturm mit allem Möglichen. Und das wird auch immer wieder begleitet von den, ich fand unsäglichen, ich muss gleich schon hier wirklich mit reinhauen, unsäglichen Durchsagen vom Flughafen, der immer irgendwie, ja, ja, das ist wirklich so. Passagiere, Villa, W-Punkt, irgendwas, begeben Sie sich ans Gate. Ja, ich meine das ernst. Ja, bitte gehen Sie ans Gate. Es ist, ja, ziemlich anstrengend, keine Ahnung, was diese Stimme wirklich sollte, ob das vielleicht auch ein bisschen die Gewissensstimme war oder, oder, oder. Und, ah, guck mal hier, Regie und Drehbuch, beides von McRhyan. Hoppala. Ja, und im Endeffekt stranden sie, weil beide Flüge gestrichen werden, also ich denke, da werden noch mehr Flüge gestrichen, aber beide stranden an diesem Flughafen. Und verbringen dann den Abend und die Nacht mehr oder weniger zusammen, gemeinsam auf diesem Flughafen, in diesem Flughafen. Und der Film ist dadurch geprägt, dass ganz arg viel erzählt wird, ganz arg viele Geschichten erzählt werden und sehr viel geredet wird auch. Und es ist halt jetzt, ja, wie es dann hinten raus, was am nächsten Morgen passiert, lassen wir mal offen, aber es wird, man merkt vielleicht, ich ringe jetzt so ein bisschen nach fairen, netten Worten, weil ich war in dem Film tatsächlich relativ schockiert. Und zwar war ich von McRhyan komplett schockiert, weil sie behauptet ja, sie hat keinerlei Operationen machen lassen im Gesicht, sondern macht täglich Sport und trinkt zwei Liter Wasser und deswegen ist sie so fit und alles. Die Frau hat keinerlei Mimik mehr, also dagegen ist Wim Diesel mit seiner Kühlschrankmimik ein ganz großer Mime der modernen Zeit. Ich konnte den ganzen Film über nicht wirklich sagen, ist McRhyan gerade freudig, ist sie schockiert, ist sie traurig, ist sie glücklich, weint sie, weint sie nicht. Das war super anstrengend. Dazu die Synchronsprecherin von ihr, die klang, als ob sie die ganze Zeit irgendwas zwischen den Zähnen hat oder auf die Zähne beißt und so redet. Das fand ich absolut anstrengend, weil sie halt einen sehr großen Sprechanteil hat in diesem Film und wenn man McRhyan von früher kennt, also von ein paar Jahren früher, dann erkennt man sie zuerst gar nicht wieder. Also mir ging es echt mal so, was, das ist wirklich McRhyan und es soll halt, ja, so ein bisschen eine romantische Komödie wohl sein, wobei, arg lustig fand ich es nicht, in die Fußstapfen von Harry und Sally oder sowas tritt es garantiert nicht. Ich fand, David Duchovny fand ich ganz cool, der hat das so als alter abgefuckter Mann so ein bisschen ganz gut repräsentiert, aber ja, halt dieser Austausch über die wirklich so schmerzlichen Erinnerungen von früher, wer hat wen verlassen, wer ist schuld daran, wer hat das gemacht, wer ist das und war und war und war. Aber es war, wie ich fand, größtenteils leider wirklich belanglos und dann Belanglosigkeit gepaart mit einer Schauspielerin. Also man kann sich gerne mal das Ganze, den Trailer dazu anschauen, vielleicht liege ich auch völlig falsch mit dem, was ich sage, aber es ist, es ist, ich fand es ganz, ganz furchtbar. Also das, was Mac Ryan da gemacht hat, fand ich ganz arg furchtbar, was aus Mac Ryan passiert ist, fand ich ganz arg furchtbar. Der ganze Film geht 105 Minuten, das war ungefähr 100 Minuten zu lang, weil ich glaube, den kannst du auch kürzer erzählen oder vielleicht kannst du auch einfach in einer 20 Minuten Short Story erzählen und hast alles drin. Es, ja, weiß nicht, also mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es weder arg romantisch, noch fand ich es wirklich lustig, noch fand ich es großartig geschauspielert. Es war so ein kompletter Griff ins Klo irgendwie, inklusive dieser, wie ich fand, unsäglichen Flughafenddurchsagen, die für mich teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben haben, die einfach nur hä waren. Wie ging es dir, Erik? Ja, das Ganze hat ja mehr oder weniger abgekupfert von einem französischen Film, der heißt, auf Deutsch heißt der Jetlag, wo die Liebe hinfliegt, mit Jean Reno und Juliette Binoche. Hier ist allerdings so, die treffen sich nicht nur auf dem Flughafen in Paris, der gesperrt ist wegen Nebel und Streik natürlich in Paris, sondern sie müssen dann auch noch, sie verbringen dann auch irgendwie noch eine Nacht im Hotel, da ist irgendwie nur noch ein Zimmer frei und sie schlafen im selben Bett, müssen im selben Bett schlafen oder sowas. Und das war, ich sag mal so, bestenfalls amüsant, es war auch okay, es war jetzt nicht der große Wurf, keine riesengroße, tolle französische Komödie, wie man es manchmal so kennt, sondern es war okay, ja, war ganz nett und, aber der Film, den wir hier gesehen haben, der war eigentlich durchgehend nur ärgerlich, weil es, äh, es wurde versucht, so eine Art Kammerspiel aufzuziehen mit, ich ziehe nach und nach irgendwelche Enthüllungen aus dem Hut und, ähm, ja, so, so ganz, äh, so große Enthüllungen, weißt du, so, du weißt ja, du hast den Film gesehen, aber, ja, so große Dinge, so ähnlich wie bei, weiß ich nicht, äh, das Gottesgemetzels oder sowas, ja, wo dann so nach und nach, so, um Gottes Willen, ach, wenn man das, ach, du meinst, ah, jetzt verstehe ich das, weshalb und so. Also, und da wurde halt hier auch so drehbuchtechnisch versucht, irgendwelche großen Dinger noch, die da in der Vergangenheit passiert sind, noch aus dem Hut zu zaubern, damit es irgendwie noch so ein bisschen spannend wird, aber das, das größte Problem bei dem Film war einfach, dass die beiden null Chemie miteinander haben. Ja, das auch, das auch, vollkommen richtig. Und ich glaube, das lag nicht an David Duchovny, ähm, es war halt einfach, es, du hast es nicht gefühlt, dass die beiden mal zusammen waren, dass da vielleicht noch irgendwie ein Funken, äh, Liebe da ist oder sowas, ja, das, null. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Ja, klar. Das ist ja ganz, ganz am Anfang, wo sie sich sehen, äh, da musste ich tatsächlich mal lachen, weil, äh, David Duchovny sagt da, ah, du siehst aus wie früher. Ja, gut, das ist so eine, so eine Floskel, die man dann... Ja, aber das, das, das fand ich sehr witzig tatsächlich, muss ich sagen. Nein, aber du sagst es vollkommen richtig, überhaupt keine Chemie zwischen den beiden. Ganz, ganz schlimm, lag vielleicht daran, dass, ähm, David Duchovny nicht wusste, wie er jetzt darauf reagieren soll, weil er keine Gesichtsregung interpretieren konnte, aber, ähm, Spekulatius. Ja, also, puh, nee, es war dann halt auch sehr, sehr langweilig. Ich meine, ich habe leider auch gerade, in Anführungszeichen, das Problem gehabt, dass ich, ähm, äh, beruflich unterwegs war und auch sehr lange Zeit auf, auf Flughäfen verbringen musste. Also, äh, also unter anderem acht Stunden in Paris, ähm, weil mein Anschlussflug nach Stuttgart und so weiter so lange hin war. Und das ist einfach total langweilig. Also, ich meine, wer, wer vielleicht selten verreist oder vielleicht noch nie geflogen ist, der stellt sich das vielleicht total spannend vor. Oh, Flughafen, Mensch, die ganzen Geschäfte, kann man shoppen gehen oder irgendwas. Aber ich sage es euch, also selbst, selbst wenn euch die Firma Business Class bucht und ihr könnt da in die Lounge gehen, es ist einfach todsterbenslangweilig, da ewig lange zu warten und das, deswegen, und die sind da einfach die ganze Zeit immer nur unterwegs gewesen. Und, äh, ich weiß genau, wie nervig das ist, wenn du dann versuchst, irgendwo Zeit zuzuschlagen. Und, äh, und dann, ja, es gibt so, wir haben ja dann selber auch so ein bisschen, äh, während des Films, weil der Film hat einfach nicht so viel hergegeben, dass man da die ganze Zeit hätte gespannt nun aufpassen müssen. Und, ja, dann selber auch so ein bisschen, ich glaube, jeder hat so die eine Ex, die man nicht unbedingt wieder treffen möchte, wenn irgend so eine Klinge... Ich habe alle vergraben, von dem hermählich. Ach so, vergraben, ja. Also, ja, das ist aber, hast du hoffentlich, man, ich habe mal in so einem True Crime, äh, nee, in so einer Fernsehshow, da kam, man soll die auf jeden Fall hochkant vergraben, weil wenn die Polizei, ähm, nach Gräbern sucht, dann suchen sie eher sowas, was in der Länge ausgehoben ist, ne, also dann muss ich die Mühe machen, die hochkant zu vergraben, das ist wichtig. Ja, und dann obendrauf eine Pflanze, die sehr selten ist und geschützt ist am besten noch, dann dürfen sie die nicht wegmachen. Ja, obwohl, dann erregst du ja Aufmerksamkeit mit dieser seltenen Pflanze, eventuell, ne. Dann vielleicht eher so einen Baum aus der Baumschule holen, irgendwas Schnellwachsendes und, naja, ähm, folgt mehr in unserer, oder für mehr Tipps folgt unserem True Crime Podcast, ähm, Kino-Crime, ähm. Killer-Cast. Killer-Cast, ja. Naja, aber hier, ach, das war so langweilig, äh, wurde ich dann unterwegs. Okay, und dann auch irgendwie hat sich das Ganze angefühlt so ein bisschen, als wäre das während Corona gedreht worden, so nach dem Motto, hey, wir haben da hier einen leeren Flughafen, lass mal einen Film drehen. Ähm, aber ich hab dann mal nachrecherchiert, das passt zeitlich nicht. Die haben einfach irgendwie so, ja, das war einfach Setting. Man sieht ja auch, äh, dann sagen sie irgendwie mal, ja, wir müssen zur Haupthalle gehen, weil da die Infos an der Tafel stehen. Dann laufen sie irgendwie einen Gang vor, drehen rum und laufen wieder zurück den Gang. Und plötzlich sind sie in der Haupthalle. Also das war einfach auch so, äh, das hat alles überhaupt nicht. Ja, dann nochmal, wie viele Leute waren denn bitte noch auf dem Flughafen dann eigentlich, weil es waren ja, es sind ja mehrere Flieger ausgefallen, deswegen, äh, und es waren quasi nur die beiden noch da, der Rest ist alles irgendwie, oh ja, okay, komm, wir gehen nach Hause. Oh ja, cool, wir haben ein Hotel bekommen, nur die zwei Trottel nicht. Hä? Deswegen. Nee. Ja, also. Ich muss sagen, als ich das Poster gesehen hab, David Duchovny, ich mag David Duchovny, ähm, und, äh, Meg Ryan, eigentlich auch, also der, der Film in the Cut, den wir auch mal in der Sneak Preview hatten, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in, in Stuttgart schon war, oder ob das, äh, noch in der alten Heimat war, ähm, also der war ja richtig scheiße, wo sie versucht hat, so ein bisschen verrucht, äh, darüber zu kommen, wo sie einige Nacktszenen hatte und sonst was, ähm, also der war ja richtig Müll, aber so, ja, andere Filme mag ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich mit ihr so, die alten Dinger, schlafen sie in Seattle oder E-Mail für dich oder sowas, ähm, sind eigentlich ganz, ganz nett, aber der Film hier, der konnte absolut nichts, aber der hätte mich halt blöderweise von dem, von dem Poster und selbst von dem Trailer, hätte der mich trotzdem, hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Totalausfall ist, weil, ähm, ähm, der Film war jetzt nicht, ah, wie hatten wir's, wir hatten doch hinterher drüber geredet, es war jetzt eigentlich nicht so ein Film, wo du denkst, oh Gott, ist der, der ist ja richtig schlimm aus irgendwelchen Gründen, sondern war einfach Tod, sterbenslangweilig, belanglos, der ganze Film, das war, und das war eigentlich viel schlimmer, als wenn da irgendwas drin gewesen wäre, irgendeine eklige Szene, eine schlechte Szene, schlecht gedrehte Szene, der war einfach total langweilig und belanglos, also man, man saß da drin, warum gucke ich mir das an, da ist selbst irgendein ZDF-Nachmittagsprogramm, mit irgendwelchen Landarzt-Serien irgendwie, hat da noch mehr Handlungen und ist irgendwie ein bisschen spannender, hm, und das fand ich, umso schlimmer, das war so ein, trotz der, der relativ guten Darsteller, das, der Produktion, die ja wahrscheinlich auch nicht gerade wenig gekostet hat, Ja, es ist aber ein kompletter Griff ins Klo, also es ist, ich kann es nicht anders sagen, aber es ärgert mich wirklich, also, weißt du, wenn, 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 wenn du was machen lässt an dir, dann steht es zu. Ja, du hebst jetzt wieder auf die, auf das ab, aber ich meine noch, der Film war scheiße. Ja, Moment, weißt du, das ist das andere, und das andere ist, der Film war einfach nicht gut, der war einfach sterbenslangweilig, also, ähm, Ich komme da nicht so wirklich mit klar, dass man, dass man da nicht jemandem sagt, so, ey, pass auf, das ist viel zu viel Text, oder hey, pass auf, das ist vielleicht nicht so spannend, was du da versuchst zu erzählen, ähm, das, und das ärgert mich, weil es sind ja jetzt keine Anfänger, die da hantiert haben, aber, ja gut. Gut. Was wissen wir schon, ne? Ich lese gerade hier ein bisschen bei Moviepilot, ähm, da schreibt einer, der heißt dort Accrotainment, der hat vor fünf Tagen geschrieben, also am 1. Mai, dass er den Film in der Sneak gesehen hat, vielleicht sogar in Stuttgart, dann schöne Grüße ansonsten, ja. Er schreibt dort, ja, schon nach vier Sekunden war mir klar, dass ich so richtig in die Scheiße gegriffen habe, wobei, ich habe jetzt gerade überlegt, was da, was da schon nach vier Sekunden, ähm, also, ich meine, nach vier Sekunden war ich noch guter Dinge, muss ich sagen, also, das, ähm, da warst du noch gar nicht im Saal, glaube ich, also, da sah man noch so die Totale mit dem, mit dem Flughafen, der so im Schnee versinkt, und, ja, wo dann David Duchovny da mit seinem Rollkoffer da lang rollert und absolut unlustig und obendrein zeitweise unfassbar nervig, das stimmt. Diese Romanze kommt quasi nie in Fahrt und schon gar nicht über ein paar gute Ansätze hinaus. Er gibt drei Punkte und ich habe jetzt hier auch bei Moviepilot kann man ja auch Punkte geben und, ähm, da ist so ein Schieberegler und wenn ich drei Punkte gebe, steht da schwach als Zusammenfassung. Wenn ich zweieinhalb Punkte gebe, steht da ärgerlich und da ich mich sehr geärgert habe über diesen Film, ähm, habe ich auch das in unserem Dokument nochmal auf 2,5 abgewertet, ähm, das ist nämlich wirklich ein, ein ärgerlicher Film, da ärgert man sich wirklich. Das ist noch nicht mal was, wo man sagt, ja, schöner Date-Movie oder so über zwei, die sich nach Jahren wieder treffen, nee, ist es nicht, ähm, es ist weder eine Romanze, es ist ja als Rom-Com irgendwie so ein bisschen klassifiziert hier, ist es nicht, nee. Nee, 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 2,5. Nee, 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 2,5, damit bist du einen halben Punkt über mir, ich habe ihm zwei Punkte gegeben und ich, und das aber auch nur, weil ich weiß, dass es noch schlechtere Filme gibt. Ja, ich habe mal bei uns in der Gruppe, da gibt es ja keine halben Punkte, da habe ich drei, steht da immer noch drin, das war ja meine erste Wertung, die lasse ich mal so stehen. Wir haben übrigens 0% Weiterempfehlung. Bis jetzt, ja. Also da haben jetzt wie viele Leute, acht Leute abgestimmt mit gut oder schlecht oder weiterempfehlen und keiner empfiehlt dem bisher weiter. Für die, die es nicht kennen, also wir haben eine Gruppe auf Facebook, Gloria Sneak heißt die, da können die Sneak-Besucher oder auch interessierte andere Personen, die in der Gruppe sind, können dort abstimmen, wie sie den Film fanden. Und da gibt es immer so eine Wertung von 0 bis 10 und man kann dann immer noch mit den Emojis sagen, ob man den Film weiterempfiehlt oder ob man ihn nicht weiterempfiehlt und, ja, das war das, was der Chris gerade zusammengefasst hat. Ja, wenn wir einmal in der Gruppe sind, der Tipp für die morgige Sneak-Preview am 6.5. lautet? 23. Okay, hier ist ein Tipp bis jetzt eingegangen, ich wollte eigentlich auch noch was tippen, ich hatte irgendwas. Ich hatte irgendwie, als ich den Tipp gehört habe, dachte ich, ja, habe ich eine Idee, habe ich vergessen. Also auf jeden Fall die Nora, die Nora, der Nora, man weiß es nicht, manchmal kürzen sie ja, oh, der oder die ist aus Dortmund, okay, wohnt in Dortmund, aus Dortmund, tippt bei uns, schöne Grüße. Tippt May, December, May, December und der Martin schreibt drunter, der immer sehr gut getippt hat, der auch letztes Mal den Tipp richtig erraten hat, schreibt sogar drunter. Ich denke, dieser Tipp passt genau und fände ich mega, wenn der Film kommt, schreibt die Susanne. Ja, ich glaube, dann kann ich meinen Tipp, ja, ich werde trotzdem noch mal gucken, was ich da tippen wollte, damit da wenigstens noch ein zweiter Tipp steht. Und könnt ihr dann lesen in der Gloria Sneak Gruppe auf Facebook. Okay, und wenn wir hier einmal schauen, was so im Kino läuft, gucken wir mal in die Kino Charts und die Neustarts. Und wir haben wieder die offiziellen Innenstadtkinos Stuttgart Kino Charts erhalten für die Woche bis zum 29.04. Auf jeden Fall, genau, also, ja, da ist auf Platz 5 ein sehr empfehlenswerter Film, den hat die Kate auch gesehen im Kino und wird sie dann nächstes Mal dann vorstellen. Ich habe es schon im Dokument gesehen, aber sie konnte heute kurzfristig nicht kommen. Arthur der Große, Top-Film, also wenn ihr die Chance habt, den im Kino zu sehen, ich habe den auch wärmstens empfohlen, im Kollegenkreis, Bekanntenkreis. Ganz starker Film. Ganz starker Film. Dann auf Platz 4, Challengers, Rivalen. Er soll sehr gut sein. Habe ich nur Gutes gehört bis jetzt. Platz 3, den hatten wir in der Sneak Preview. Bin ich immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich den in der Sneak sehen durfte. Civil War. Das ist der Film, den Bastian Billendorfer nicht kapiert hat. Furchtbar, also, hat er jetzt nochmal in einem anderen Podcast drüber abgerandet. Und, weißt du, dann geht er aus Civil War raus und sagt, hä, ich verstehe überhaupt nicht, wer dagegen weht. Und dann geht er in Godzilla, den dümmsten Film des Jahres. Also, wirklich. Ich habe ja nun beide gesehen. Ich meine, das ist doch nur, es ist doch, also, der reagiert ja so, wie wenn jemand Pulp Fiction sieht und sagt, ja, das ist ja ein Scheißfilm, du weißt ja gar nicht, was in dem Koffer ist. Es ist völlig irrelevant, was in diesem Koffer ist. Es geht darum, dass das Setting so ist, dass dort ein Krieg stattfindet. Und üblicherweise in so einem Krieg ist es nicht mehr so wie im Mittelalter, dass da eine Front steht mit blau gekleideten Soldaten. Die stellen sich alle hin. Und auf der anderen Seite steht eine Linie von rot gekleideten Soldaten und die schießen aufeinander. Und wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen. So ist es ja heutzutage nicht mehr bei den kriegerischen Handlungen. Und das muss man vielleicht auch mal verstehen. Und gerade Bürgerkriegssituationen, ah, egal, ich rennte schon wieder über, könnte ich mich aufregen. Wenn jemand im Film nicht zu Ende guckt und dann glaubt, er kann sich da ein Urteil anmaßen. Du regst dich gerade auf. Du regst dich gerade auf. Ich reg mich auch auf, verdammt. Erster Knopf, den ich gefunden habe, hier. Okay, geht es jetzt wieder? Ah, hier, der passt besser. So, machen wir Platz zwei. Erik, bitte beruhigen Sie sich. Geh doch mal zusammen mit ihr dorthin. Nämlich Platz zwei ist schon ein Teil im Märchenland. Ja, und Platz eins immer noch der Amy Winehouse-Film Back to Black in 2D-Atmos. Scheint gut zu sein, ne? Hält sich lange Platz eins hier. Scheint gut anzukommen. Vielleicht, vielleicht. Jetzt gibt es aber viele so Musiker-Biopics. Da gab es doch letztens den Bob Marley, der läuft jetzt, glaube ich, bald auf Sky. Den wollte ich auch mal gucken. Jetzt Amy Winehouse. Keu alte Keukschrei. Naja. Was startet denn Neues? Es startet diese Woche. Ich nehme jetzt mal Kino.de. Schöne Grüße, weil die hier auch immer so schöne kurze Zusammenfassungen haben. Am 9.5. startet Garfield. Eine Extraportion Abenteuer. Und das sieht so niedlich aus, das Poster und alle Werbematerialien, die man so im Kino sieht. Ich glaube, das wird ein ziemlich großer Erfolg, weil jetzt sind ja auch irgendwie Ferien. Mein Kleiner, der fährt zwar irgendwo in so ein Schulcamp, aber die, die zu Hause sind, da gehen bestimmt viele mit ihren Eltern ins Kino. Ja, denke ich auch. Dann startet die Fortsetzung von Beautiful Disaster, nämlich Beautiful Wedding mit Dylan Sprouse und Virginia Gardner in den Hauptrollen. Den werde ich mal tippen. Da kriegen sie alle mit Angst, dass der vielleicht kommt. Dann startet noch ein Film, den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. It's Raining Man. Eine französische, eine französische Comedie mit Lowe Calamie und Vincent Elbas, wo so eine frustrierte, so ein Desperate Housewife sich so eine Art Tinder-App holt und dann anfängt da durch die Gegend zu brumsen. Und ja, Frankreich halt, ne? Französischer Film. Ganz furchtbarer Film. Ganz furchtbar nicht. Also denk an den Film letzte Woche. Also dahingehend relativ okay. Auch nicht. Auch kein Meisterwerk. Dann aber haben wir jetzt einen Film, der wirklich ein Meisterwerk sein soll, von dem ich sehr, sehr viel Gutes nämlich gehört. Robot Dreams, ein Animationsfilm über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Hund und einem Roboter in New York der 1980er Jahre. War der nicht noch sehr erfolgreich hier beim ITFS? Beim Film Festival Stuttgart? Irgendwas habe ich da auch gehört. Ich habe da einen Trailer gesehen und alles und auch schon ein paar Sachen zugelesen. Der soll extrem gut sein tatsächlich. Okay. Startet auch noch Bad Director. Comedie mit Oliver Masucci von Oskar Oehler über einen Regisseur in den 50er Jahren, der auf sein Leben zurückblickt. Okay, um welchen geht es da? Weiß man. Ich gucke mal. Keine Ahnung, ob der nächste ist dann hier Maestros bei mir. Gregor Samsa ist der Regisseur. Ah ja, also ich habe Maestro jetzt, Romance Musicals. Unbedingt was für den Erik. Der amerikanische Dirigent und Komponist Leonard Bernstein verliebt sich in die costarikanische Schauspielerin Felicia Montal-Alegre, als sie sich im Jahr 1946 kennenlernt. Diese komplexe Liebe ist ebenso großartig wie waghalsig. Ich dachte aber eher, dass das ein Netflix-Ding ist, ne? Wahrscheinlich. Deswegen, ich gucke gerade bei filmstarts.de, da ist es nämlich nicht dabei, weil bei kino.de, da sind nämlich auch die ganzen Netflix-Sachen mit drin. Deswegen ist das auch hier nicht dabei. Schade, wäre es so ein Film, den hätte ich mir für die Sneak von Erik gewünscht. Okay, ansonsten haben wir ja gar nichts weiter. Das sind nur Dokus hier noch und Madame Butterfly Puccini, diese Übertragung und das andere läuft glaube ich nicht, ne. Ja, da will halt keiner was gegen Garfield und Beautiful Wedding. Genau, Beautiful Wedding ist wahrscheinlich der Shit. Naja, da werden viele reingehen, da musst du sehen. Ja, natürlich. Na gut. Ich habe im Heimkino jetzt einen Film geschaut. Girl, you know it's true. Ähm, die Jüngeren, die werden gar nicht wissen, worum es jetzt hier überhaupt geht. Es geht um Milli Vanilli, obwohl jetzt ist ja 90er, ist ja jetzt wieder ein Ding, oder? Müsste eigentlich bekannt sein. Gab ja jetzt auch einige Dokumentationen über Milli Vanilli, über den Fall damals, quasi so ein bisschen True Crime Aufbereitung. Und offensichtlich wartet man wohl, bis bestimmte handelnde Personen versterben. Also, äh, Frank Farian ist ja 2021 gestorben. Ich glaube, dann hat man angefangen, so diesen Film zu produzieren. Und es geht darum, also für die, die es nicht wissen, es gab in den 90er Jahren eine, eine weltweit erfolgreiche Band, ein Bandprojekt, um es mal so zu nennen, Milli Vanilli. Und auf dem Höhepunkt ihres Erfolges stellte sich dann raus, ähm, sie haben gar nicht selber gesungen, sondern sie haben eigentlich nur getanzt. Und, äh, auch wenn sie selber immer behauptet hatten, dass sie selber singen, aber, ja. Und die Schere ging eh schon immer vorher ein bisschen, weil wenn man sie in Interviews gehört hat, das klang irgendwie ganz anders als, die Stimmen klangen ganz anders als dann im Gesang. Wobei natürlich heutzutage mit, äh, Autotune und so weiter, da wird ja auch so sehr viel zurecht gebogen. Der Film Girl You Know It's True hat den Namen, halt den Titel von einem der bekanntesten Lieder von dem, von der Band Milli Vanilli. Und erzählt diese Wahnbegebenheiten frei nach, würde ich mal sagen. Ähm, Frank Fajan wird gespielt von Matthias Schweighöfer, natürlich, also wir haben ja nur einen deutschen Schauspieler, der muss halt alles spielen, ähm, egal wen. Und, ne, macht's aber, macht's aber ganz okay, er kriegt auch diesen, diesen Habitus von Frank Fajan, den ich auch in ein paar Interviews, äh, mitbekommen hab, ähm, kriegt er eigentlich ganz gut hin. Finde ich eigentlich ganz okay. Und die, das Milli Vanilli Duo, äh, Robert Pilatus und Fabrice Mowann, ähm, die werden eigentlich auch sehr gut, ähm, ja, dargestellt von, jetzt muss ich kurz vorlesen, wie heißt der eine? Mit Tijan Nye, N-J-I-E, Nye und Elan Ben Ali. Also die hat man auch sehr, sehr gut gecastet, die sehen ihn auch sogar relativ ähnlich und auch so von der Art her. Und es wird halt so gezeigt, wie die beiden sich so durchgeschlagen haben, wie sie sich überhaupt erst mal selber gefunden haben als Freunde. Und, ähm, wie sie dann zu Frank Fajan gekommen sind, der mit den beiden dann die Musik produziert hat, wo sie dann festgestellt haben, okay, wir müssen gar nicht singen. Und da haben sie, als das erste Lied rauskam, dass ein Riesenerfolg geworden ist, damit hat ja keiner so richtig gerechnet, dass es weltweit so sehr einschlägt. Und, ähm, dann, ähm, ja, wurde halt, hat das immer mehr Fahrt aufgenommen. Und so gefühlt ist das, wird zumindest in dem Film dargestellt, gefühlt ist es, äh, auch Frank Fajan ein bisschen entglitten, die ganze Situation. Denn die beiden wollen natürlich auch Großkarriere machen, insbesondere auch in, in Amerika. Und da ist natürlich viel mehr Fokus auf die, auf den Personen. Und dann entgleitet das so ein bisschen nach und nach. Und irgendwann werden dann so kritische Stimmen laut, ja, singen die überhaupt selber oder sowas. Und dann gibt es auch so einen Ausfall von der Technik bei einem riesigen Konzert, wo dann plötzlich das, das Playback hängt. Und das ist natürlich auch ein Riesenskandal. Und, ja, ähm, dann ist natürlich auch so, die beiden, oder besser gesagt, besonders der, der eine von beiden, der Robert, äh, der, der hat halt ein bisschen so einen Höhenflug. Und versucht halt auch, die Produzenten unter Druck zu setzen. Das, ähm, und so nach dem Motto, ja, wenn, wenn, wenn nicht das oder wenn wir nicht mehr Geld kriegen, dann werde ich allen erzählen, dass wir nicht selber singen. Und dann geht der Frank Fahjan eben in die Offensive und macht selber diese berühmte Pressekonferenz, die man vielleicht schon mal gesehen hat. Und das wird alles so ein bisschen nacherzählt. Also es ist jetzt keine, keine riesige Überraschung, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat. Es gibt ja auch so Dokumentationen darüber. Und es ist natürlich so ein bisschen frei erzählt. Was ich hier ganz gut fand, bei dem Film, ist, dass der nicht so sehr versucht, eine Seite einzunehmen. Denn ich habe verschiedene Dokumentationen, äh, True-Crime-Dokus so gesehen über das Thema. Also es ist jetzt nicht drin, ja, aber so von der Aufbreitung her ist es halt so eher so True-Crime, so, ja, die Enthüllung und so. Und die sind meistens sehr biased, je nachdem, von wem die produziert sind, aus welcher Richtung, also entweder aus der Frank-Fahjan-Richtung oder aus der Musiker-Richtung oder aus der Richtung der amerikanischen Produzenten, ähm, ja, oder Publikum. Der Film versucht eher so ein bisschen ausgewogen zu schildern, dass die zwei da eben so reingeschlittert sind, Frank-Fahjan das auch ein bisschen entglitten ist und, ähm, dann auch, nimmt aber auch das Publikum in die Pflicht, weil damals gab es ja auch so eine Schwämme an so Boy-Groups und, und Projekten und Dance-Projekten und hast du nicht gesehen, da gab es ja so viel. Und bei denen ist es nun halt mal aufgefallen, aber du weißt gar nicht, bei, bei wie vielen da überhaupt nichts aufgefallen ist, gerade wenn dann so, äh, weiß nicht, so, so riesen Boy-Groups sind und wenn da vielleicht zwei von denen überhaupt nicht singen können, dass die dann vielleicht von irgendwelchen professionellen Sängern auf der Platte gesungen werden, das, das merkst du halt gar nicht. Und nimmt halt auch die, die Zuschauer in die Pflicht und das fand ich halt sehr schön ausgewogen, das Thema, das war halt nicht so, ja, was weiß ich, Frank-Fahjan war hier der Böse oder, oder die beiden waren die Arschlöcher oder irgendwas, sondern es versucht so ein bisschen, ja, ausgewogen darzustellen, was da eigentlich passiert ist. Und wenn man Fan der Band ist, man hört natürlich die ganzen Songs und auch wie die entstanden sind und was dazu geführt hat, zu bestimmten Lines und man sieht auch die, die dahinter stecken, die das wirklich gesungen haben, ähm, ach ja, genau, das, das war halt auch in manchen Dokus, dass die sich aufgeregt haben, die das eigentlich tatsächlich gesungen haben, ähm, das wird halt hier alles so schön ausgewogen dargestellt, fand ich wirklich, wirklich gut zum Gucken, ähm, hätte ich gerne in der Sneak gehabt, ehrlich gesagt, den Film, so ein schöner, schöner Sneak-Film, deutscher Film, wäre mal was gewesen, ist zwar mit 124 Minuten auch ziemlich lang, aber, äh, war okay, ja, hat mir, hat mir echt gut gefallen, ich gebe da, ähm, sag mal mal so, sieben Punkte, ja, kann man durchaus gucken, schöne Musik, gut gespielt, ähm, auch so mit kritischen Tönen und ich fand, er findet auch ein sehr gutes Ende, weil, gerade bei so einem schwierigen Thema, was so viele, ja, Facetten hat, äh, wo es jetzt nicht Einschuldigen gibt, ist natürlich schwer, dann auch irgendwie einen Knopf dran zu machen und, ja, fand ich gut. Also, ich tu mir das wirklich gerade extrem schwer, das heißt, es gibt nicht den Einschuldigen, weil, es war ja schon der Plan von Frank Farian, das hier so, oh ja, wir verarschen die Leute, also, es war ein riesen Scam und der hat's dann nachher so hingedreht, als ob er ja eigentlich gar nicht so der Schuldige wäre, aber es war ja wohl seine fucking Idee, also. Ja, es war halt so, also wie es auch, also das ist auch dokumentiert, das ist jetzt nicht nur aus dem Film, ähm, es war ja so, die zwei sind mehr oder weniger entdeckt worden in einer Diskothek in München und, aber nicht von Frank Farian, sondern von der Assistentin, die hat gesagt, hey, da gibt's zwei, die sehen echt toll aus und so und die hat die dann mal eingeladen und die haben ja von sich aus schon gesagt, sie wollen gern singen und eine Band werden und so und dann haben sie es ja versucht mit denen und das hat nicht geklappt und, also so vom Gesang her hat's einfach überhaupt nicht funktioniert und, ja, richtig, aber sich dann halt hinstellen und sagen, komm, ähm, da machen wir halt den Scam des Jahrhunderts und sich hinterher hinstellen und sagen, ja, es gibt solche und solche, also es gibt, ähm, je nachdem, wen du da fragst, ähm, es ist halt so, dass zum Beispiel gesagt wird, ähm, dass, dass denen das angeboten wurde, gesagt, komm, wir haben hier einen Song, wir versuchen es einfach mal, ähm, und dann singt ihr später einfach mal selber, wenn ihr singen gelernt habt, die haben ja dann auch Vogelcoach und alles bekommen, dass gesagt wurde, hey, wir haben hier welche, die, die klingen so ähnlich wie ihr, ähm, wir haben hier den Song eh grad fertig und, ähm, wir brauchen aber jemand, der das Vorderkamera verkauft als Video und, ja, vielleicht schaust du es dir mal an, wie gesagt, das ist hier relativ ausgewogen. Den anderen Film dazu auch noch, die, die Doku, wo es da gibt auf, oder die, ja, ist es da sowas in der Doku? Und da hab ich auch schon gedacht, so, äh, also Frank Farian hat es sich dann schon relativ einfach gemacht mit, ja, und, oh, das war ja, also, das ist ja dann auch völlig anders gewesen und, wo ich halt denk so, ey, Junge, also du hast komplett alle verarscht, äh, mit Dings, also wenn, wenn es dir doch so schlimm ist und jetzt so arg ist, wie du tust, dann hättest du es schon von da rein schon gelassen. Äh, deswegen, also, ich fand, ich fand da tatsächlich das, was, was den, den beiden Typen passiert ist, ja, die haben es natürlich mitgenommen, also, das ist dieses, okay, ich muss nicht viel machen, ähm, ich hampel da ein bisschen rum, ich danse und dass es denen dann auch irgendwann zu Kopf steigt, ja gut, ähm, surprise, surprise, so ticken Menschen, äh, aber die Grundverarsche ging für mich da immer noch von Frank Farian aus und der sich dann nachher hinten hinstellt und sagt, ja, war ich ja gar nicht. Also, das ist so, und wenn du dann auch die, da, da empfehle ich dir jetzt wirklich mal die Doku dann anzuschauen. Ja, die hab ich gesehen, ja, die hab ich auch gesehen, also, ich hab mich mit dem Thema schon, ja, ich hab da ein paar Dokus geschaut, das ist immer je nachdem aus welcher Richtung, ähm, ich weiß genau, welche Doku du gesehen hast. Hinstellt und sagt, ja, oh ja, der Frank und bla, das war ja alles ganz da und da, wo du denkst so, also, jeder, da wurden, da wurden auf allen Seiten Fehler gemacht, ich mein, Frank Farian hatte vorher das Projekt Boney M und, ja, komisch, was haben sie denn da gemacht? Ja, die haben auch nicht selber gesungen, ähm, größtenteils nicht, ähm, und die waren auch nur eigentlich Tänzer und war sehr erfolgreich und, ich mein, es wurde ja von Seiten Frank Farian aus nie behauptet, dass, dass die selber gesungen oder selber singen oder sowas, ja. Ja, aber es sich dann hinten hinstellen und sagen, oh, ja, alle Seiten haben Fehler gemacht, bei dem Ding, ich mein, das ist dann so ein Strudel, da gerätst du halt rein, so ein Netz aus Lügen, weißt du, pfff, ja, schwierig, schwierig, ist halt tragisch, wie es dann ausgegangen ist, alles, das wird ja im Film auch thematisiert und, ähm, hoffentlich dient das so ein bisschen als, die Wahrheit kam halt ans Licht, also. Ich mein, heutzutage mit, mit Auto-Tune, da können selbst irgendwelche, äh, weiß nicht, äh, na gut, ich will's mal, ich nenn jetzt mal keine Namen, ja, da kenn ich, ey, ich kann, kann singen, ja. Irgendwelche Rendos können da auch dann, aber. Ja, kannst du es da zurecht biegen, ordentlich, ähm, kannst du da ein Rap, ein paar Rhymes spitten und das klingt dann richtig gut, ne. Apropos Rhymes spitten, Curse hat eine neue, ähm, sehr gut, ja, also das ist natürlich einer von denen, die es noch echt machen, ne, okay, ähm, Girl, you know it's true, also von mir der Film auch gut produziert und, ähm, angenehm ausgewogen, ähm, sieben Serien, Serienbereich, ähm, Decade hat zwar auch, äh, The Regime drinstehen, ich wär's aber mal mit aufgreifen heute, weil wir hatten jetzt auch gerade ganz frisch bei Fortsetzung folgt drüber gesprochen und vielleicht so ein bisschen, ach, warte mal, ich muss mal den Trenner, erst mal einspielen. Ich wollte gerade sagen, gibt's heute keinen Trenner. Serien. Heute gibt's nur den. Ähm, ja, also The Regime mit, äh, Kate Winslet in der Hauptrolle, ähm, spielt in einem virtuellen, in einem, in einem, in einem ausgedachten Land ein, ein, ein autoritäres Regime, was, ähm, von Kate Winslet geführt wird. Wir erfahren auch so ein bisschen über die, über die Vorgeschichte, was da alles so, äh, war und, ähm, Ja, sie spielt halt so diese Autokratin, die, ah, wie soll ich sagen, die vereint so ziemlich alle, alle Marotten von allen möglichen Despoten und Autokraten dieser Welt, die gerade aktuell so sind. Also angefangen von irgendwelchen hypochondrischen, äh, Sachen, äh, dass sie, was weiß ich, ja, immer alles desinfiziert und überall Luftreiniger, also man denke da nur an Putin, der, die Gäste an so einen riesenlangen Tisch, damit er sich ja nicht irgendeine Krankheit einfängt und so eine Geschichten über irgendwelche anderen Geschichten wie Kim Jong-un und sonst was. Ähm, also die vereint irgendwie alles in sich und, ja, er führt dieses, dieses Regime und sie ist, spielt das sehr ambivalent, also so eine Mischung aus, ja, man, man mag sie und man hasst sie und, ähm, ja, aber, es, der, der, die ganze Serie kommt nicht so richtig, also hat nicht so einen richtigen treibenden roten Faden. Also wir, wir sehen zwar, oder es wird zwar ein bisschen erzählt, wie sie da als Kanzlerin spielt und, ähm, es wird so ein bisschen erzählt, wie sie auf den Posten gekommen ist, dass sie nun versucht, verzweifelt, das alles so ein bisschen, äh, im Griff zu behalten, weil natürlich gerade, wenn sich alles auf eine Person fokussiert in solchen, in solchen Ländern, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass dieser Person plötzlich mal irgendwas passiert, zum Beispiel. Aber sie hat es halt ganz gut geschafft, ähm, um sich rum Leute zu scharen, Speichellecker und irgendwelche Leute, die ihr nach dem Mund reden und selbst, wenn da irgendwelche, ähm, Partys sind, dann sind da irgendwelche Leute, die ihr wirklich nur so, ja, das haben sie ganz toll gemacht und das und haha. Also wirklich, und ich verstehe nicht, ob das irgendwie lustig sein soll, weil irgendwie ist es eher so bedrückend, so das zu sehen und für eine Satire fand ich es aber zu wenig satirisch, zu wenig scharf irgendwie, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Ähm, ich, ich weiß, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was, was die Serie von mir will. Ich habe da irgendwie drei, drei Folgen geschaut und ich bin auch mit diesem, mit so in die, in die Fortsetzung Folgt-Aufnahme reingegangen, weil ich dachte, naja, zum Glück stellt die Serie jemand anders vor und, ähm, dann höre ich mal, wie jemand anders das findet und kann, vielleicht sage ich dann, ach ja, genau das, äh. Ja, aber nee, die anderen fanden das alle genauso komisch, verwirrend. Also, die ist halt top produziert, das ist eine HBO-Serie. Das ist jetzt kein, kein Schund oder kein drittklassiger Fernsehsender, der hier irgendwas gemacht hat, sondern das ist wirklich absolut top-notch. Das sieht sehr gut aus, aber ich habe überhaupt keinen Plan, was das soll. Also, äh, es wird halt immer nur erzählt, wie da so, wie sie da so handelt und dann hat sie auch irgendwelche Meetings mit, mit US-Abgesandten. Da geht es halt um irgendwelche Kobalt-Minen, wo die USA, die wollen irgendwie Kobalt haben und die lässt es halt ein bisschen auflaufen und dann kriegt sie auch noch so einen neuen Bodyguard, ähm, der ist aus so einer ehemaligen, so einer Art Spetsnaz-Einheit, so eine Spezialeinheit, die so, ja, und irgendwie, der kümmert sich und der hat dann aber, sie ist ja total, ähm, so hypochondrisch und der fängt dann an mit irgendwelchen wilden Naturheilverfahren, so, dass da irgendwelche Sachen ihr behandelt und es tut ihr auch gut. Also, ich habe wirklich keinen Plan, was diese Serie von mir will. Ich will auch mal nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ähm, vielleicht kann mir irgendeiner von den geschätzten HörerInnen erklären, äh, was da gut ist, weil die vorhergehende Serie mit Kate Winslet, Mare of Easttown, habe ich ja extrem abgefeiert, die mochte ich sehr. Und auch die handelnden Personen hier, ähm, die dahinter stecken, also zum Beispiel Will Tracy, der hat ja schon ein Drehbuch geschrieben für Succession, was ja wirklich eine sehr scharfe Satire ist. Ähm, und der hat hier das Drehbuch geschrieben für den, für den Film The Menu, der ja im Streaming lief hier, der ja auch wirklich extrem on point ist. Und ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Und auch die RegisseurInnen hier von der, von der Serie, also zum Beispiel Stephen Frears ist da mit als Regisseur. Ey, das ist einfach so, als würdest du überall wirklich das Tafelsilber aufs Tablett legen und dann, ja, aber irgendwie passt es nicht. Es ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Vielleicht kann mir irgendeiner erklären, äh, was, was da dran gut ist oder warum ich dabei bleiben sollte. Jetzt nach drei Folgen hat es mich überhaupt nicht gerissen. Und, ja, bin gespannt. Eigentlich wollte ich mit Kate drüber reden. Mal sehen, was die sagt. Vielleicht hat die irgendwie noch einen Punkt entdeckt oder hat schon bis zu Ende geguckt und sagt, ja, wow, das ist ja Wahnsinn, was da noch kommt. Dann bleibe ich auf jeden Fall dran. Gibt es gerade auf Sky übrigens. Okay, bei Serienneustarts, da habe ich diesmal tatsächlich mal vorher reingeguckt. Da ist wirklich außer jetzt am 9. Mai startet auf Netflix Bloodkin und, ähm, aber ansonsten startet so gut wie gar nichts. Außerdem Doctor Who irgendwie die nächste Staffel, aber das hatten wir das letzte Mal schon erwähnt. Da ist quasi gefühlt nichts Besonderes dabei bis zur nächsten Folge. Hm. Ja, oder? Hast du noch irgendwas? Bad Batch vielleicht? Ja, ich wusste nicht, ob ich jetzt noch darf oder nicht. Also, weil du warst jetzt schon bei den Serien Neustarts. Ja, Bad Batch, Star Wars, Bad Bad Batch, das große Serienfinale. Also die dritte Staffel ging jetzt zu Ende und damit auch die Serie. Und, äh, Spoiler-Gefahr oder? Ähm, geht so. Weil tatsächlich hat die dritte Staffel schon ein bisschen, ja, manches Highlight-Potenzial. Dann zwischendurch verliert es sich mal wieder, wie Bad Batch üblich, leider so ein bisschen in vielleicht zu viel Klein-Klein und zu viel Nebengeschichten. Und dann auch Nebencharaktere, die dann doch nicht so wichtig sind, obwohl man sie eigentlich vielleicht als wichtig empfindet. Und so zieht es sich dann bis zum Ende eigentlich durch. Also, die letzte Folge ist quasi mit 50 Minuten doppelt so lang wie, oder nicht nur quasi, sondern ist quasi doppelt so lang wie eine normale Folge war. Und ich fand's Ende jetzt, ja, es war schon so ein Stück weit vorhersehbar. Es passiert das, was passieren soll. Es war jetzt nicht so spektakulär hinten raus. Es kommt nach dem Ende, kommt noch eine 5-minütige Szene, die, ja, vielleicht wieder mal für andere Sachen die Türe öffnet. Insgesamt war es okay. Es war okay anzuschauen. Es war cool gemacht. Es hat, wie gesagt, für mich ein bisschen den Drive verloren, schon in der ersten Staffel. Immer mal wieder in der zweiten aufgegriffen, aber da auch wieder verloren. Und in der dritten dann genau das Gleiche. Die Geschichte ist eine nette Side-Story, die ihren Platz da drin hat, weil es eben auch um diese ganzen Klonsachen geht. Und was aus denen wird nach dem Klonkriegen und wie das Imperium mit denen umgeht oder was, was die da vorhanden. Sehr schön fand ich den Hinweis, ja, transferiert die ganzen Gelder in das Projekt Kleiner Stern. Das hat Tarkin gesagt. Das fand ich sehr witzig. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Also es ist okay, man kann es anschauen, wenn man Zeit und Bock hat und wenn man natürlich das eigentlich stört, dass es animiert ist, lieber Erik. Und ja, es ist jetzt ein Deckel drauf und es ist okay. Was ist mit Geschichten des Imperiums? Meinst du den neuen Trailer? Ja, Trailer? Die haben gestern zum Star Wars Tag sechs Folgen veröffentlicht. Achso. Ah ne, dann meine ich den anderen. Ne, habe ich noch nicht reingeguckt. Achso. Aber das ist überraschend jetzt. Ich dachte... Ja, Entschuldigung, ich habe ein krankes Kind zu Hause. Ja, ja eben. Kind krank, schläft die ganze Zeit. Ja, von wegen. Ja, ich weiß doch. Ne, okay, weil das ist ja auch, glaube ich, animiert in dieser Clone Wars Optik hier. Und das geht immer so irgendwie jetzt 20 Minuten oder so. Habe ich noch gestern, flog das rum zum Mail 4th Star Wars Day. Ja, gestern hat er auch die gute Seite der Macht mal wieder ein Spiel gegen Bayern gemacht. Ja, gestern hat übrigens auch Charlotte FC, mein lieber Kollege, der auch mal mit im Stadion war, der geht ja auch mal hin, sein Heimverein. Und die haben einen riesen Brimboium. Also die in Amerika schert man sich nicht so viel um Lizenzen oder sowas. Also die haben da die ganze Choreo mit Star Wars gemacht und irgendwie wahrscheinlich auch eine Kooperation. Da gab es Sondertrikots mit Star Wars und so bei dem Fußballverein. Und die haben gestern auch gewonnen 2-0 zum Star Wars Day in ihrem Star Wars Outfit. Und da kam sogar, glaube ich, als Torhymne. Ja, sehr schön. Ja, also Bad Batch. Und ja, vielleicht dann beim nächsten Mal hören wir von dir was zu den Geschichten des Erklärungs. Ja, auf jeden Fall. Bin ich ja mal gespannt. Okay, dann brauche ich mal ganz kurz einen Trainer. Na, ah, den hat man lange nicht. Zu der Ankündigung, die ich am Anfang schon genannt hatte. Denn, ja, für alle, die hier den Kinocast verfolgen seit vielen Jahren. Wir hatten ja schon hier auf der Webseite diverse verschiedene Designs vom Kinocast, von der Webseite selbst. Und es ist mal wieder an der Zeit, da ein Update zu fahren, weil das aktuelle Template, was wir nutzen, das kann einige Sachen nicht, die ich gerne hätte. Und die Entwicklung geht ja immer weiter. Es ist auch nicht mehr so, es ist auch nicht so schnell, gerade so die Ladezeit der Seiten, gerade im Mobile-Bereich und so weiter. Es ist alles ein bisschen, ja, also es ist viel Luft nach oben bei dem Template. Mir gefällt es zwar sehr gut. Es ist zum ersten Mal so ein Template, wo ich sage, okay, vom Aussehen her, von der Webseite, hätte ich damit immer noch kein Problem. Ich finde es sehr schön. Aber das, was unter der Haupte steckt, ist einfach nicht mehr up to date. Und die Firma, die uns das damals entwickelt hat, die macht auch keine Updates mehr für dieses Template, leider, muss ich sagen. Ich hätte es auch gerne mit Geld zugeworfen, damit sie das tun, aber nee, wollen sie nicht. Deswegen, es wird ein neues Template geben. Mein Hoster, der Matt, schöne Grüße, der Programmierer, der mir da sehr, sehr viel hilft. Also ohne den wäre hier gar nichts möglich beim Kinocast von den vielen Dingen, die hier so immer so implementiert werden, sei es nur Weihnachtskalender oder irgendwas. Der hat mir auch schon so eine Testseite aufgesetzt, eine versteckte, wo ich dann so neue Templates mal teste, was die können. Und es wird auch wieder ein ordentlich gekauftes sein von einer Firma, die hoffentlich länger Updates liefert. Also ich meine, das Template, was wir jetzt haben, ist ja jetzt auch schon einige Jahre alt. Es gibt auch irgendein Posting auf kinocast.net, wo sie die Geschichte mit Screenshots abgebildet ist. Da werde ich das auch mal mit reinnehmen. Vielleicht sehe ich dann, seit wie vielen Jahren ich das jetzt habe. Ich glaube, schon so seit sechs, sieben Jahren. Ja, ich wollte nur sagen, dadurch, dass wir auch dann ein neues Template machen, könnte es sein, dass wir den Podcast-Publisher, der im Hintergrund läuft, vielleicht neu installieren müssen, eventuell. Was dazu führen könnte, eventuell, dass vielleicht alte Folgen, ich versuche es natürlich zu begrenzen, dass vielleicht eventuell irgendwelche alten Folgen nochmal bei euch neu geladen werden. Aus Versehen. Dann erschreckt nicht. Dann ist das gerade der Moment, wo wir die Seite neu gelauncht haben. Das ist dann nur einmal der Fall, dass dann vielleicht die letzten zehn Episoden nochmal neu runtergeladen werden. Aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Aber falls es passiert oder falls mal irgendwas nicht geht, es kann ja auch sein, wir machen einen Relaunch und ihr stellt dann fest, ui, hier mit, was weiß ich, da und dort funktioniert es nicht mehr. Ich habe einen Browser, der heißt sowieso irgendwie ein ganz exotisches Ding und da geht die Seite nicht mehr, bringt irgendeine Fehlermeldung. Dann würde ich mich sehr über Feedback freuen. Noch ist es allerdings nicht so weit. Folgt mir am besten auf den üblichen Kanälen. X geht am schnellsten, also ehemals Twitter. Da werde ich das auf jeden Fall relativ kurzfristig announcen, wenn der Relaunch stattfindet. Einfach dort at Kinocast folgen. Vielleicht werde ich es sogar auf Instagram-Posting absetzen dazu, weil da ist doch gefühlt jetzt gerade die Reichweite hier in der Fanbase ein bisschen größer. Und genau, folgt da auf den Plattformen. Und wie heißt das andere? Ja, Threads. Threads auch. Ja, genau. Folgt da einfach. Threads macht mich auch wahnsinnig. Ja, folgt da einfach. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn es ein Redesign gibt, wenn das Redesign gelauncht wird. Und dann könnt ihr ja mal checken, ob alles funktioniert in dem Browser, eure Wahl. Gerne auch Mobile, wenn ihr sagt, ja, ich habe hier ein altes Nokia 3210 und da läuft das in dem WAP-Browser. Da bringt es eine Fehlermeldung. Dann gucken wir mal, ob wir euch da helfen können. Ansonsten, ja, nur mal so der Hinweis. Also da wird jetzt gerade ein bisschen gewerkelt. Es könnte auch sein, dass vielleicht, wenn wir da versuchen, irgendwas zu machen, dass dann vielleicht eventuell die Seite mal eine Stunde ausfällt oder so. Und dass wir da nicht unbedingt gerade so ein, manchmal wird ja da so eine leere Seite geschaltet, wo steht, ja, wir sind gerade hier an der Construction oder sowas. Weiß nicht, ob wir da immer Zeit haben, sowas zu schalten in dem Moment. Also nur mal so der Hinweis, da wird jetzt gerade ein bisschen gewerkelt. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es wirklich noch ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate dauert. Aber ihr seid schon mal hier an der Stelle informiert. Oder fängt er nachher an. Naja, nee, ich muss erst mal noch, ich habe gerade zwei Themes schon getestet. Das eine hatte ich sogar schon gekauft, aber das war dann so, da ging dann auch so zwei, drei Sachen nicht, die ich eigentlich haben wollte. Und jetzt habe ich erst mal ein Refund beantragt. Das war vorher nicht ersichtlich, dass das auch nicht geht. Das sah eigentlich ganz gut aus. Aber ja, mal schauen. Also es kann auch ein langwieriger Prozess sein. Ich will ja auch nicht ständig hier da rumwerkeln, das neue Template, das soll dann schon auf absehbare Zeit was tun und funktionieren. Und für alles, was da noch kommt, für irgendwelche Anbindungen an moderne Medien, moderne soziale Medien, dass man da teilen kann und so weiter und so fort. Genau. Okay, so, ich weiß nicht, du hast keinen Musik-Tipp drin stehen. Ich habe jetzt mal einen. Ach, hast du einen reingemacht? Ich hätte mal einen, ja, das machen wir wieder. Ja, ansonsten. Okay, ich könnte auch einen reinmachen. Mach es spontan, dann. Ich habe jetzt gerade eine Cover-Version gehört von jemand, weil wir gerade so letzte Woche diesen 80er-Jahre Fall Guy hatten. Da war ja auch einiges drin. Und ich habe von Emil Balls' Take on Me, ja, packe ich auf die Playlist, die ihr abonnieren könnt unter Kinocast-Songs auf Spotify. Genau. SDP, oh. SDP, Sido, Estergraf, Mama hat gesagt. Wir haben sogar, wir haben Tickets für SDP, also ich kenne SDP nicht so gut, aber meine Frau ist da Faner. Ich weiß nicht, ob wir hingehen können zum Open Air. Die sind ja Open Air in Stuttgart demnächst irgendwann. Da haben wir sogar Tickets, muss man mal sehen. Okay, so, Mama hat gesagt. Ist das ein Dreckscher-Song hier, wenn da Sido dabei ist, oder? Nö. Nö, 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 nö. Wie war das? Mama ist stolz auf dich, oder wie hieß der? So, packen. Ist schon drauf gelandet gerade eben. Und Take on Me kommt jetzt auch gerade live drauf auf die Playlist Kinocast-Songs. So, beides drauf, kann ich aus dem Dokument löschen. Dann an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Woche. Chris, vielen Dank fürs Mitmachen, wir sehen uns morgen. Bis dann, tschüss. Auf Wiederhören. Es ist immer schön, wenn da einer in der Nähe ist, den du laut raushörst, wo du merkst, der singt so richtig schön falsch. Ja, klar. Ich war es nicht. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast.